Bereits to record Kennt ihr den Film total äh... total record total record total record, mann, das hat diese Länge gebraucht hab ich doch gesagt du hast gesagt, oh, das ist ja wirklich ein Panzer und ich dachte, jetzt hab ich verkackt, weil ich den... nein! lasst mich jetzt, lasst mich jetzt so, wie geht das jetzt? ADADADADADADAD A applies to... A, STUART Jetzt, jetzt weiß ich wie es geht AATRO, GIET DER, DER 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 Éh, gehst du, ich bekomme ihn noch auf W Beng Moses ich muss nur Geschick machen k пиш ich den noch, k k Na, irre Shopify Läuft bei mir, läuft Weil ich's mit ner Miede an cam Liebe Zuschauer, das ist eine neue Waffe, eine Geheimwaffe aus dem Geheimlabor der geheimen SS-Armee. Ja, Haftladung. Das ist eine wunderschöne Haftladung. Oder auch bei Alex bekannt, Klopf, Klopf. Stand das da gerade? Ach man ey, warum steht das da oben nicht? Das ist der Armee von hinten. Das magst du doch immer, der Armee von hinten. Klopf, Klopf. Verteidige meinen Panzer mit deinem Leben. Mina. Mina. Senning, hast du überhaupt deinen Panzer eingestellt? Hier ist deine Armee. Ja, na und? Das ist nicht denn etwas, ich kann meinen Panzer zerstellen, oder? Nee, ich nicht. Ich bin unschuldig. Warum denn fick dich? Ja, weil du da hast ja schon eine ganze Zeit, was du kannst auch weiter machen. Da stehen ja ganz viele Stewards und... Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Leute, macht Platz. Wir sterben, wir sterben, wir sterben. Senning, deine Rettung kommt. Der Kommandant sagt an alle Truppen... Nein! Scheiße. Sterben. Ah! Ich trinke mal kurz einen kleinen Schluck. Sag, dass du gerade an alle Truppen gehst, sterben? Mein Fall hat es nicht. Dass du das, dass du das deinen Truppen schon befehlen musst. Die sterben für ihren Truppenführer. Oh Gott. Schöne Mund voll Wasser und dann kommt sowas wie... Ich befehle meinen Truppen zu sterben. Nö. Ist klar, als ob du nur Wasser trinken würdest. Ja. Eigentlich was ganz anderes. Hm, da war ein Ami. Zufällig. Ich komme, ich komme, ich komme. Wenn ihr mir den Arsch von den Infanteristen freihalten könnt, dann könnte ich euch der Banser vom Leib halten. Zu spät. Da kommt schon wieder der Kack-Ami. Bin ich hier gerade alleine an der Front? Sind da immer noch Panzer? Feindliche, ja. Ach. Freundliche auch? Freundliche? Nein. Freundliche nicht mehr. Wer ist denn in der Panzeranheit und wer ist denn dafür zuständig? Gissel. Wir verlieren gerade A3. Ich würde da gerne spawnen, aber es geht nicht. Gefreite... Dann ist das klar, warum das nicht geht. Gefreiter GK ist da. Ah. Der ist gerade gestorben. Deswegen konnte ich mit Autospor... Sporvenen. Sparvenen. Ich komme nach A3 und pfeffere mal HE rein. Warte auf mich. Lass mich erst HE reinpfeffern und dann geh rein. Wenn du nämlich vorher reingehst, bist du dann tot. Aus. Draußen bleiben. Stopp. Selber schuld. Nicht ins Gesicht! Tot, Alex. Draußen. Nee, der lebt noch. Före mal unten rein. Da geht gerade ein Homo von uns rein. Ist doch scheißegal. Das ist... Da ist er, da ist er, da ist er. Happen. Oh, und Ritterkirr. Alex denkt schon wie der Russe. Dann kann ich mich jetzt einnehmen. Einnehmen. Ich habe mir... Ich habe mir nur der... äh... Thompson geschneckt. Hey Alex, Alex. Töte Gissel. Ich kann auch seinen Panzer töten. Nein, Töte Gissel. Ich will seinen Panzer haben. Das sind... Also nennen. Soll ich den denn töten? Ich habe doch keine Waffen mehr dafür. Du kannst die Haftladung aufhinken. Nein, geht nicht. Man braucht wirklich, man braucht wirklich... Wer klappt das nicht? Das noch ein Ami. Ah, später komm mal. Ähm... Gissels Körper ist nicht unbedingt soo... magnetisch. Nicht ganz? Nee. Ey, was das praktisch wäre? Soll er einen Stahlhelm. Nee, zank. Da kommt ein Ami. Abgehen. Äh, nein. Der hat eine Thompson. Ihr kriegt das nicht hin. Der hatte nicht nur eine. Der hat immer noch eine. Ah, komm. Ich kann keinen Abkämpfer machen mit dem Gara wieder. Da hinten kommt einer. Natürlich verziert die Thompson auf der Entfernung total. Aber warte mal. Ich muss gerade mal was ansprechen. Gissel hat nicht den Fernseher an. Oh, das kann ich mal... Sinning, fick dich! Fick dich, du kleine Homo! Du kleine Homo. Ich habe mich gesteigert. Und mein Sinning hat dich gesteigert. Er ist vom Homo zur Frau aufgestiegen. Stimmt. Das ist eine Steigerung. Nisselning! Nicht ins Gesicht! Nein! Nein! Irgendwer pfeffert hier gerade mit HE rein. Nein, ich pfeffere draußen mit HE. Das kommt aus gleich hinaus! Ja, hier sind überall Amerikaner. Ich lebe! Scheiße. Warte mal, da hinten ist mein Auto. Das ist mein Auto. Ich glaube. Moment, weißt du, das Auto, was mit dem Amerikaner hier durch die Gegend fährt? Das ist schon mein Auto. Ich glaube, das hier ist mein Auto. Nein, das war das Sinnings-Auto. Wo ist mein Auto? Habe ich das gemacht. Ersthaft. Stand da Sinnings-Auto dran, oder? Ich bin mit dem Fung der Gegend gefahren. Entschuldigung, wenn das Ding nichts aushält. Das hat ja volles Leben, du Affe! Du weißt, dass dein Auto baugleich ist? Ich weiß. Nein, das weiß er nicht. Das schieb trotzdem, ich will. Das, du musst ihm erstmal erklären. Bring dich mal in die Nähe von einem Panzer. Das war nicht in die Nähe von einem Panzer. Das ist übel. Warum? Da ist doch Gissels Panzer. Du hast nicht gesagt, ob wir freundlich laufen. Gissel, rechts neben dir ist ein Infanterie. Gissel, mach gleich Spum. Ja, 3, 2, 1, aussteigen, weg hier. Oh, dein Pappen. Boah. Boah, da habe ich den Panzerfahrer. Oh, gut weggefickt gerade. Läuft bei mir. Läuft. Eindeutig. Einnehmen. Einnehmen. Wenn hier einer einnimmt, dann bin ich das. Das sind mir zwei Amis. Ja, doch, es geht. Gut, ich glaube, ich gehe mal wieder auf den... Ich gebe dir auf die Fresse, Typen. Oder wir nehmen mal unseren Bastian Faust. Der soll ja mal später ein begnadeter Fallschirmspringer werden. Welche Einheit seid ihr? Äh, wo seid ihr gerade? Zweite. Ich bin dort. Nein, ich meine wo? Bei O. Ah, bei O. Ich dachte, es wäre eine Null. Naja, egal. Das war jetzt so witzig. Das war eh Insider. Ich glaube es nicht. Wer hat wegen den Kacken gefahren. Halt, stopp! Du Vollidiot. Warum habe ich jetzt genau meine Minen nicht dabei? Ich fahre mit Sinning. Sinning! Fahre mit Sinning. Sag mal, würdest du mich gerade überfahren? Nein, wir sollen jetzt einsteigen. Uh, ein Panzer. Nein, nein, nein. Hexenmann, warum sind wir denn tot? Äh, warum? Einnehmen! Du Vollidiot, wenn du nicht immer gegen die Wand fahren würdest. Ich wollte einnehmen. Wenn... Ah, dafür bekommen Kessel jetzt kaum noch Punkte. Ha, 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 ha. Sind wir nicht diabolisch? Ich habe gar keine Punkte gekriegt, das ist eine Verarsche. Panzer! Hilfe in Deckung. Komm, Kessel geht's vom Auto. Nicht gut. Bei welcher Vollidiot ist das denn hier? Da draußen geht gerade irgendwas hier in die Luft. Genau, jetzt habe ich natürlich mein... Das ist meine Karre! Wie ist denn der? Der ist kaputt gegangen. Meine Karre! Und der feindliche Panzer. Die kommen mit unserem Kübelwagen hier rübergefahren. Da unten. Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe mir immer ins Crane gesnackt. Ah! Ich finde diese Logik immer so toll. Rast, im gleichen Tonfall wie alles andere, die kommen hier rüber mit unserem Kübelwagen. Und dann, seine Freude-Tonlage genauso. Ich habe mir immer ins Crane gesnackt. Das ist doch schön, wenn er sich freut. Ich habe mir gedacht, mich immer ansonsten. Press F11, ja, bitte. Press F11, der Link. Ich bin sauf worden. Ja! Warte mal, ich bin... Wow, jetzt Navi! Danke, Alex! Oh, ich kann es spawnen. Zähne, kommst du mit Auto zu O2? Ja, so, stopp. Ach, ja, okay, ich komme mit Auto zu O2, oder? Warte mal kurz. Lauf, Gessel, lauf! So bist du. Da. Achtung, da fährt ein Reclop da durch die Gegend. Du hast ja ein großes Selbstminderungsgefühl. Gessel, viel Spaß beim Warten wieder. Danke. Drei, nehm ich mit, Schnucki. Obwohl, warte mal, A3 wird ja hoffentlich gleich wieder eingenommen, dann kann ich da spawnen. Ist eingenommen. Achso, ich meine... Freigegeben. Freigegeben. Oder ich komme bei O. Oder, Sinning, was meinst du? Ich komme bei A3. Nein, ich kann nicht mehr bei A3. Komm zu O. Sinning, komm zurück zu O. Äh, wie komme ich jetzt hier raus, da? Spring. Sinning, stopp. Was sind nicht, wie... Bist du gerade echt gegen mich gefahren? Fahr. Los. Gib Stuf. Da ist ja der Homo am Ende. Zum Überholung. Auschwinken. Auf der rechten Seite bleiben. Wer links fährt, der ist auf Dauer ein bisschen gefährlich, ne? Da, 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 da. Du weißt schon, ich habe keine Panzertypen mehr. Also nicht mehr den Panzertypen. Ey, knass, nicht bei voller Geschwindigkeit aussteigen. Das kann tödlich sein. Da waren ganz viele Amis. Warte mal, was heißt denn nicht bei voller Geschwindigkeit? Ich habe das ja auch nur einmal gemacht. Nicht wie Alex gleich fünfmal. Das war im Effekt. Ja. Und du hast aus dem Effekt, da schreibt einer No F11. Warum nehmen die gerade A3 ein? Ähm, dein Affekt war fünfmal und das ist dann ein wenig erbärmlich. Was? Nein. Überhaupt nicht. Voll legitim. So, F11 ist gerade nicht so angesagt, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Haben welche gedrückt? Ich muss gleich noch meine Aufnahme nachgucken. Ach, ich mag diesen Knopf. Oh Gott, jetzt reicht es mir hier. Ich level den Typen wann anders mal. Herr Gissenmann, warten Sie. Ich habe kein Auto und ich klaue mir gerade eins. Ja, aber ich habe ein Auto und du nicht. Ja, der hier fährt schneller als du. Ich muss raffen. Na gut. Hans von Klupe. Ich glaube, mit dem haben wir auch schon mal gespielt. Da ist ein Panzer und der sieht sehr feindlich aus. Upa! Völlig verarschend. Verarschend. Das denke ich mir auch gerade. Wollen wir nicht lieber zu E gehen? Ich glaube, das sind die Erfolgschancen besser. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich mach es mal. Nein, ich bin... Ja, ich bin... Ja, jetzt sagt er schon ein anderer Pressf-11. Ja, übernimmt uns dem, jemand unser System. Arschloch! Kicken wir den! You do it first. So, ich bin bei E. So, ach, endlich. Ach, wollen wir es eh einnehmen? Der Typ ist wirklich einfach unglaublich. Oh, da hat sich wirklich einer getötet. Hi, André. Du bist ja klar schon hier gesport, oder? Ja, ich bin unterwegs, aber ich habe einfach nur ein Fahrrad. Mach hin. Ich weiß. Dann bekommt Alex keine Punkte. Ich habe ein Auto und ich komme. Fuck, der holt mich wahrscheinlich noch. Nicht nur wahrscheinlich, ich werde dich nicht holen. Du bist ein Lappen. Wenn er mich umbringt, dann haben wir beide ein Problem. Alex, 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 Alex. Oh, oh, Stein. Wir haben da ein Problem. Ich war vor dir da. Das ist dein Problem. Was ist unser? Wir haben keine Rückfahrmöglichkeiten. Ich habe noch ein Auto. Wir haben F11. Ich habe keinen Bock auf Fahrten. Er kommt nicht rechtzeitig. Er kommt nicht rechtzeitig. Du wusstest sehen, wie er hier steht. Du wusstest sehen, wie er hier steht. Er steht da mit der Waffe rum wie so ein Blöder. So, ich muss mal kurz ans Telefonen. Ich bin gleich wieder da. Hat er nicht so ein Schild an der Tür, on air, wie beim Radio, gerade in der Aufnahme? Nee, das muss ein Lämpchen sein. Ja, dass das dann leuchtet. So ein on air Schild. An der Luft. Oh, guck mal, hier ist eine Bodenwelle. Oder er hat so ein fettes Schild, den Notausgang hier lang und dann durchgestrichen durch, äh, an der Tür hängen, wenn er aufnimmt. Ja, guck mal, gerade schon, gerade sehen die Zuschauer nur die Map von oben. Stimmt, das ist cool. Na, scheiße für die Zuschauer. Naja, das, hallo, wir haben super, äh, tolle Gesprächsthemen. Ja. Wir könnten wieder Links einfügen lassen. Nur, das ist ja einfach da. Gibt Gas. Soviel zum Thema. Ich weiß nicht, was er wollte, aber er hat ja gerade die Tour de France gemacht. Rechts in den rechts. Ach, rechts. Wir liegen immer nur rechts ab. Gut. Rechts. Ach, die nehmen hier ein? Ja, was ist, glaubst du, warum ich hierher wollte? Äh, Panzerfaust? Der Mongo ist links oder rechts. Boah, was? Was hat er sonst noch für Optionen? Oben oder unten? Vermutlich steht er auf dem Fußboden. Jetzt hinter den Heuhaufen. Da hat sich einer mit dem Kübelwag umgebracht. Ich hab ihn auch erwischt. Und er hat mich erwischt. Schön. Weißt du, was scheiße ist? Ich krieg keine Einnehmer, Happy. Also nicht zwei Sekunden warten können. Die Mitglieder müssen fallen. Ich anlogge mal deinen Kübelwagen. Fick dich. Immer wieder gern. Ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Glaubst du, irgendwer macht das noch? Warte. Warte. Die werden echt schön blöd. No. Oh, da hat dich jemanden geblieben. Aber hammerhart. Wuh, Amis. Ich kann dir mit einer Karre spawnen, weil du meine Karre hast. Danke, Jesus. Vier. Gissel, du warst der Kille in der Sekunde. Danke. Glaubst du ehrlich, dass jemand noch F11 drückt? Ich könnte es irgendeinem, irgendeinem Dummen könnte ich es noch zutrauen. Alex? Alex, bist du ein Dummer, der den... Fuck. Naja, das geht auch so. Jetzt muss schon noch einer sterben. Der Ami ist vor mir gespuckt und hat mich mit der Thompson weggespickt. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020